Servus miteinander, ich bin's wieder, der Gacki Stangerl, euer persönlicher Personaltrainer. Ja, überall werden Yoga-Kurse angeboten, habe ich gesagt, da muss der Gacki natürlich dabei sein. Und auch ich biete jetzt Yoga-Kurse an. Die erste Übung, die ich Ihnen zeigen möchte, heißt die Kerze. Dazu müssen wir uns in die Horizontale begeben. Lassen wir den jetzt noch weit ran. So, dann legen wir uns auf den Rücken. Nun bringen wir die Beine in eine aufrechte Position. Die müssen Kerzen gerade nach oben, müssen die stehen. Ja, das durchblutet das Gehirn, die Sicht nach dem feierroten Schädel und es entspannt den Unterleib. Ja, deswegen wird diese Übung auch gerne die Duftkerze genannt. Das war wieder der Gacki Stangerl, euer persönlicher Personaltrainer. Bis zum nächsten Mal. Es ist mir ganz dummisch geworden im Kopf. Yes, das ist nicht so. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.